... im Spiel gegen die Emmentaler. Aber es gibt nur noch andere Treffer in dieser Partie. Einige Zweikämpfe, die da noch ausgetragen werden. Jetzt auch Türkauf gegen Grenier. Ups. So viele Schiedsrichter mit so vielen Händen gibt es gar nichts, wie da jetzt wahrscheinlich noch Strafen ausgesprochen werden. Wild-West-Szenen im Süden. Grenier und Türkauf. Die beiden dürften an die Partie auch beendet sein. Nur die Frage noch, wer obenauf hat Türkauf. Er sich da nach Punkten also durchsetzt. Und Plexi doch etwas angelaufen hier. Heiss gelaufen. Dafür Streicheleinheizen für Calvin Zürkamp. Genau da ging es los. Oder da lief es schon komplett, dieses Duell. und das Ganze war's durchsetzt. Die tue mit der Füste. Calvin Thürkauf, der für das 3-2-1 zuständig war in diesem Duell, also mit Grönier. Also auch da Restauschlüsse bei Grönier und Thürkauf. Das dann nur noch fürs Protokoll, das sich jetzt hier doch schon ziemlich füllt. Und in der Zone des Celtigas wird die Scheibe da wieder eingeworfen. Also Grönier hat zusätzlich zu den 5 plus Spieldauer noch eine 2-Minuten-Strafe kassiert. Eine kleine Staffel mehr als Thürkauf. Danke. Danke. Danke.